Hallo zusammen, Heizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Sabotiv die Schmieden, anzunehmen bei Bergfels der Steinformer. In der Sturmgipfel an dieser Position. Eingang zu dieser Höhle ist ungefähr hier. Vor Quest war Faldoran der Sturmgebobene. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 mit einem Charakter, der viel zu hoch für dieses Gebiet ist. Das Video sollte euch aber auch in BioDelta-Klassik helfen. Ich zeige euch wo ihr hin müsst, was ihr machen müsst und wo ihr danach die Quest abgeben dürft. So, hier ist das Questgebiet. Mal landen. Die Mops töte ich mit einem Schlag, aber das sollte euch nicht stören. Und das sind diese gesuchten Schmieden. In der Nähe von diesen Teilen müsst ihr das Quest Item benutzen. Kann man sich auch in die Leiste ziehen. Rechtsklick. Schmiede sabotiert. Hier ist auch noch eine. Quest Item rechtsklick sabotiert. Die Zentral Blitzschmiede. Die Antwerp auf die Nordblitzschmiede. Und jetzt fehlt noch die Südblitzschmiede. Ich mag jetzt nicht bei jeder Schmiede die Map. Die sieht man alle drei fast auf einem Bild. So, Quest ist bereit zur Abgabe. Juhu. Wir feuern uns, oder? Doch, das tun wir. Das tun wir. So, dann geht's hier entlang. Also, falls ihr kein Fliegen habt, ansonsten könnt ihr auch abkürzen. Logisch. Und hier bin ich. Quest ist abzugeben bei Bergfels der Steinformer. In der Sturmhüpfel. An dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte zu einem Abonnier-Knopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht schaut ihr auch mal da vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.